Oh je! Traurige Nachrichten von Bauer sucht Frau, Anna Heiser. Wie die Beauty nun berichtet, steht. Sie aktuell vor einer ziemlich großen Herausforderung? Arme Anna Heiser. In der letzten machte die Beauty vor allem wegen ihrer Gesundheit von sich reden. Wie Anna berichtete, ging es ihr immer wieder gar nicht gut. Aktuell befindet sie sich jedoch wieder auf dem Weg der Besserung. Doch ist sie trotzdem der bevorstehenden Herausforderung gewachsen? Nachdem Anna bei Bauer sucht Frau ihren Gerald kennen und lieben gelernt hat, wohnt sie bei ihrem Schatz in Namibia. Pünktlich zur Weihnachtszeit planen die beiden nun nach Europa zu fliegen, um die Festtage mit Annas Liebsten zu verbringen. Eigentlich eine schöne Aussicht. Schließlich feierte Anna letztes Jahr ohne ihre Familie und berichtete damals, dass sie diese schmerzlich vermisste. Doch wie Anna nun ihren Fans verrät, hat sie vor der anstehenden Reise ein wenig Angst. So schüttet sie ihnen in ihrer Instagram-Story ihr Herz aus, mir ist gerade klar geworden, dass wir schon nächste Woche nach Europa fliegen. Einerseits freue ich mich unheimlich, aber es ist nur noch so wenig Zeit und noch so viel zu tun, erklärt Anna ihrer Community und ergänzt. Ich drehe gerade ein bisschen durch und habe ehrlich gesagt ein wenig Schiss. Oh je, die Arme. Aber zum Glück kann sich Anna auf die Unterstützung von ihrem Gerald verlassen, der ihr mit Rat und Tat treu zur Seite steht. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Anna die Feiertage dennoch in vollen Zügen genießen kann. Oh je, große Sorge um Narumol und Josef. 08. Snowmie 1 01 05. 06. 06. 07. 07. 08. 08. 07. 09. 05. 08. 08. Untertitelung des ZDF für funk, 2017